In ein paar Minuten startet hier das Kloster der Empfang für Prinz Charles und bei mir ist jetzt der Altbundesrater Adolf Oggi. Adolf Oggi seit fast 40 Jahren kommt der Prinz Charles immer wieder in die Spitz, im Speziellen hier auf den Kloster. Was denkt ihr, bedeutet das für die Schweiz, dass wir da immer so einen royalen Besuch bekommen? Es ist wunderbar für Kloster, es ist wunderbar für das Prättigau, es ist wunderbar für den Kanton Graubund, es ist wunderbar für die Schweiz. Und dass er 40 Jahre Treue gehalten hat, Kloster, ja das ist grossartig. Und wenn man aber die Natur sieht, die wunderbaren Berge heute Abend, dann ist klar, einmal Kloster, immer Kloster. Ihr kennt den Prinz Charles, der hat ihn auch schon mal zu euch auf Kanderstege eingeladen unter anderem. Was ist das für einen, der Prinz Charles? Man kennt ja, es ist echt so vom Fernsehen, das Königliche, da kommt man sonst nicht hin. Er ist eine liebenswürdige Person, die Liebenswürdigkeit beinhaltet Respekt, Anstand, Grosszügigkeit, Aufmerksamkeit. Er hat eigentlich das alles und ich hoffe, dass er bald mal König wird. Genau, sonst ist er fast das ganze Leben lang Prinz, oder? Ihr habt, glaube ich, auch schon mit ihm Skifahren oder gegen ihn quasi. Was ist er für ein Skifahrer? Kommt er da in die Skiferien? Ich habe mal gegen ihn gefahren im Rahmen des britisch-swissen Parliamentary Ski-Race. Und auch mal hier, er geht es noch mit dem Skifahren, übrigens zweimal mit seinen beiden Buben. Und ich hatte Angst, weil die beiden Buben gefahren sind. Und ich dachte, wenn etwas passiert, da ist der Rogi dabei, da ist noch der Rogi schuld. Gott sei Dank ist nichts passiert. Er und ich, ja, schnell gefahren, aber doch ein wenig weniger wild, wenn ich das Wort benutze, wie die beiden Prinzen. Söhne genau von Herrn Charles. Und wer hat er schlussendlich gewonnen? Seid ihr oder er der beste Skifahrer? Ja, es ist ja so, dass ich fast sagen muss, wenn ich hier den Titel genommen habe, im britisch-swiss-parlamentary Ski-Race, dann habe ich in der Regel gewonnen, ja. Der Schweizer natürlich, der in den Bergen aufgewachsen ist. Vielleicht mal schnell zum Schluss, jetzt ist dem Abend natürlich noch der Anlass nach dem öffentlichen Teil. Werden Sie am Tisch sitzen von Prinz Charles, oder wie muss man sich das vorstellen? Keine Ahnung, ich bin einfach mit meiner Frau noch eingeladen, darf nur mit ihm zu Nacht essen. Und das ist eine grosse Ehre. Wunderbar, danke vielmals in diesem Fall und einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Danke.